Der Narr liest Die drei Musketiere von Alexandre Dümmer Kapitel 42 Der Rat der Musketiere Wie es Athos vorhergesehen hatte, war die Bastei, die man kurz zuvor eingenommen hatte, nur von einem halben Dutzend Toter, sowohl Franzosen als Rochella eingenommen. »Mein Herrn«, rief Athos, der bei dieser Expedition das Kommando führte, »Innes Grimaud, die Tafel zurecht macht, wollen wir die Gewehre und Patronen sammeln. »Übrigens können wir uns mitten unter diesem Geschäft besprechen, denn diese Herren hören uns nicht«, fügte er hinzu, indem er auf die Toten zeigte. »Wir könnten sie immerhin in die Gräben hinabwerfen«, versetzte Porthos, »wenn wir uns vorher versichert, dass sie nichts in den Taschen haben.« »Ja«, erwiderte Athos, »doch das ist ein Geschäft für Grimaud.« »Wohl«, entgegnete D'Artagnan, »Grimaud mag sie untersuchen und dann über die Mauer werfen.« »Oh, nicht doch«, sagte Athos, »sie können uns dienlich sein.« »Die Toten können uns dienlich sein«, fragte Porthos, »ei, Freund, du verhaselst.« »Urteilt nicht vorheilig«, antwortete Athos, »wie viele Büchsen, meine Herren?« »Zwölf«, sagte Aramis, »wie viele Schüsse zum Abfeuern?« »Etwa hundert. Das ist so viel, als nötig ist. Lasset uns laden.« »Meine Herren«, versetzte Athos, »ich hoffe, euch zugleich Vergnügen und Ruhm zu verschaffen. Ich ließ euch einen reizenden Spaziergang machen. Hier steht ein sehr einladendes Frühmal, und dort unten sind fünfhundert Personen, wie ihr durch die Schießscharten sehen könnt, die uns für Narren oder für Helden halten, zwei Gattungen Schwachköpfe, die sich ziemlich ähnlich sind.« »Doch das Geheimnis«, rief D'Artagnan, »das Geheimnis«, sagte Athos, »ist, dass ich gestern Abend My Lady sah.« D'Artagnan bewegte eben sein Glas an die Lippen, doch bei dem Namen My Lady bebte seine Hand derart, dass er es auf den Boden stellte, um den Inhalt nicht auszuschütten. »Nun, sahst deine...« »Stille doch«, unterbrach ihn Athos, »ir vergesst, mein Lieber, dass diese Herren nicht wie ihr in das Geheimnis meiner häuslichen Angelegenheit eingeweiht sind, ich sah My Lady.« »Wo das?« fragte D'Artagnan. »Etwa zwei Meilen von hier, in der Schenke zum Roten Taubenschlag.« »Wenn das ist, so bin ich verloren«, sagte D'Artagnan. »Nein, noch nicht so ganz«, erwiderte Athos, »denn zu dieser Stunde muss sie die Küste Frankreichs verlassen haben.« D'Artagnan atmete wieder. »Aber sag doch, wer ist denn diese, My Lady?« fragte Portos. »Eine reizende Frau«, entgegnete Athos, indem er sein Glas perlenden Wein schlürfte. »Ja, es ist eine reizende Frau, welcher Freund D'Artagnan hier einen schlimmen Streich gespielt hat, wofür sie sich damit zu rächen suchte, dass sie ihn vor einem Monat mit Musketenschüssen töten lassen wollte, und dass sie gestern vom Kardinal seinen Kopf verlangte.« »Wie? Sie hat vom Kardinal meinen Kopf verlangt?« fragte D'Artagnan, vor Schreck blass. »Ja«, versetzte Athos, »es ist die lautere Wahrheit. Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren.« »Ich gleichfalls«, fügte Uranus hinzu. »Nun«, rief D'Artagnan, indem er mutlos die Arme sinken ließ, »nun ist es unnütz, länger zu kämpfen. Es ist besser. Ich jage mir eine Kugel durch den Kopf, und alles ist vorüber.« »Das ist die letzte Dummheit, die man zu begehen hat«, sagte Athos, »denn sie ist die einzige, für die es kein Gegenmittel gibt.« »Doch solchen Feinden werde ich niemals entschlüpfen«, versetzte D'Artagnan, »so förderst meinem unbekannten Mellon dann Herr von Wart, dem ich vier Degenstiche versetzte, ferner My Lady, deren Geheimnis ich entdeckte, und endlich dem Kardinal, dessen Rache ich vereitelt habe.« »Nun«, sagte Athos, »alles, das macht zusammen nur vier. Einer gegen einen, beim Himmel. Wenn wir den Zeichen glauben dürfen, die uns Grimaud gibt, so werden wir mit einer größeren Anzahl zu tun bekommen. Was ist Grimaud? Wegen der Wichtigkeit, der Umstand. Erlaube ich dir zu reden, Freund. Aber kurz gefasst, wenn ich bitten darf, was siehst du? Eine Truppe. Von wieviel Leuten? Von zwanzig. Was für Leute? Sechzehn gefangene, vier Soldaten. Wie weit von uns entfernt? Fünfhundert Schritte? Gut. Wir haben noch Zeit, dieses Geflügelgans zu verzehren und ein Glas Wein zu trinken. Auf deine Gesundheit, D'Artagnan. Auf deine Gesundheit, wiederholten Portos und Aramis. Gut, denn auf meine Gesundheit, obwohl ich nicht glaube, dass mir eure Wünsche viel frommen werden. Ach, rief Athos, Gott ist groß, wie die Murmedaner sagen, und die Zukunft ruht in seiner Hand. Athos trat zu einer Schießscharte. Portos, Aramis und D'Artagnan taten desgleichen. Grimaud musste sich hinter die vier Freunde stellen und die Gebär wieder laden. Ein Weilchen darauf sah man die Truppe erscheinen. Sie schritt durch eine Art Schlauchgraben, der die Bastei mit der Stadt verbannt. Mein Gott, rief Athos, es verlohnte sich wohl der Mühe, unsere Mahlzeit zu unterbrechen wegen zwanzig solcher mit Hauen, Beilen und Schaufeln bewaffneter Schufte. Grimaud hätte Ihnen nur ein Zeichen machen dürfen, dass Sie gehen, und ich bin versichert, Sie hätten uns in Ruhe gelassen. Daran zweifle ich, versetzte D'Artagnan, denn Sie rücken sehr entschlossen heran. Bei diesen Arbeitern waren vier Soldaten und ein Brigadier mit Waffen ausgerüstet. »Sie hatten uns nicht bemerkt,« sagte Athos. »Meiner treu,« rief Aramis, »es tut mir weh, auf diese armen Teufel von Bürgersleuten zu schießen.« »Als ist schlecht,« entgegnete Portos, »wenn man Ketzer bemitleidet.« »Wahrlich,« sprach Athos, »Aramis hat recht, ich will Sie warnen.« »Was Teufel tut Ihr denn?«, fragte D'Artagnan, »Ihr wollt Euch ja niederschießen lassen, mein Lieber.« Doch Athos achtete nicht darauf und stieg auf die Bresche, sein Gewehr in der einen, den Hut in der anderen Hand, wandte sich höflich grüßend gegen die Soldaten und Arbeiter, die verwundert über diese Erscheinung etwa fünfzig Schritt vor der Bastei anhielten und rief ihnen zu. »Meine Herren, ich und einige Freunde sitzen hier in der Bastei beim Frühmahl. Ihr wisset recht wohl, wie unangenehm es ist, wenn man beim Frühstück gestört wird. Wir bitten Euch also, wenn Ihr da unerlässliche Geschäfte habt, entweder zu warten, bis unsere Mahlzeit vorüber ist, oder später wieder zu kommen, wenn Ihr, was das Erspießlichste wäre, keine Lust habt, die Partei der Aufrührer zu verlassen und mit uns hier zu trinken auf die Gesundheit des Königs von Frankreich. »Sei auf der Hut, Athos«, sprach Tartagnan, »siehst du nicht, dass sie auf dich anschlagen?« »Ja, ja«, ersetzte Athos, »doch sind es Bürger, die sehr schlecht schießen und nicht darauf achten, ob sie mich treffen.« Wirklich knallten fast in demselben Augenblick vier Schüsse, und die Kugeln sausten ringsum Athos, ohne dass ihnen eine einzige traf. Vier Schüsse antworteten ihnen fast in derselben Sekunde, doch hatten unsere Freunde besser gezielt als die Angreifenden. Drei Soldaten fielen tot nieder, und ein Arbeiter war verwundet. »Eine andere Büchse, Grimont«, rief Athos, der noch immer auf der Bresche stand. Grimont gehorchte unverweilt. Die drei Freunde hatten ihre Gewehre selber geladen, der Brigadier und zwei Pioniere fielen tot nieder. Der Rest der Truppen entfloh. »Auf, meine Herren, einen Ausfall«, rief Athos. Die vier Freunde stürzten aus dem Fonds hervor, kamen bis zum Kampfplatzraff die vier Musketen der Soldaten und die Halbbicke des Brigadiers auf, und in der Überzeugung, dass die Fliehenden erst bei der Stadt anhalten würden, kehrten sie mit ihren Siegestrophäen in die Bastei zurück. »Gimont, lade abermals die Gewehre«, rief Athos, »und wir, meine Herren, kehren zu unserem Festmahl zurück und setzen unser Gespräch fort. Wo sind wir dabei geblieben?« »Ich erinnere mich«, versetzte D'Artagnan, »du sagtest, dass Mylady Frankreich verließ, nachdem sie vom Kardinal meinen Kopf verlangt hatte. »Und wohin geht sie denn?«, fügte D'Artagnan hinzu, der sich mit dem Reiseplan der Mylady sehr zu beschäftigen schien. »Sie segelt nach England«, erwiderte Athos. »Zu welchem Ende?« »Um dort Buckingham umzubringen oder umbringen zu lassen.« D'Artagnan stieß einen Schrei der Überraschung und Entrüstung aus und sagte, »das ist doch schändlich!« »Glaubt mir«, antwortete Athos, »was das anbelangt, so bin ich wenig beunruhigt. Da du jetzt fertig bist, Grimont«, fuhr Athos fort, »so nimm die Halbpicke unseres Brigadiers, knüpfe daran eine Serviette und pflanze sie auf der Bastai auf, damit diese aufrührerischen Rochelle sehen mögen, dass sie es mit wackeren und echten Soldaten zu tun haben.« »Ich war«, sprach er dann weiter, »wie du wohl begreifen kannst, D'Artagnan, am meisten darauf bedacht, der Mylady eine Art Unterfertigung abzunehmen, die sie dem Kardinal abgerungen hatte und mittels welcher sie sich ungestraft deiner und vielleicht unser aller hätte entledigen können.« »Diese Kreatur ist denn doch ein leibhaftiger Teufel«, rief Porthos. »Und diese Schrift«, fragte D'Artagnan, »blieb in ihren Händen?« »Nein, sie ging über in die Meinigen«, erwiderte Athos, »ich kann aber nicht sagen, dass das so ohne alle Anstrengung geschah.« »Lieber Athos«, rief D'Artagnan, »ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ihr mir schon das Leben erhalten habt. »Du hast uns also verlassen, um zu ihr zurückzukehren?«, fragte Aramis. »Ja.« »Und du bist im Besitz der Schrift des Kardinals?«, fragte D'Artagnan. »Hier ist sie«, entgegnete Athos, er nahm das kostbare Papier aus der Tasche. D'Artagnan entfaltete es unter einem Zittern, das er nicht zu bergen mochte, und las. »Der Täter dieses hat auf meinen Befehl und zur Wohlfahrt des Staates gehandelt. Den dritten August, 1628, Richelieu.« »Wahrlich«, rief Aramis, »das ist eine Lossprechung nach allen Regeln.« »Man muss dieses Papier vertilgen«, sagte D'Artagnan, dem es vorkam, als lese er darin sein Todesurteil. »Das muss man im Gegenteil sorgsam aufbewahren«, erwiderte Athos. »Ich gebe dieses Papier nicht her, und wenn man es mir mit Goldstücken überdecken wollte.« »Und was mag sie jetzt wohl tun?« fragte der junge Mann. »Nun«, versetzte Athos gleichgültig, »sie wird mit dem Kardinal wahrscheinlich schreiben, dass ihr ein verdammter Musketier namens Athos gewaltsam ihren Geleitbrief weggenommen habe. Auch wird sie ihm darin den Rat erteilen, dass er sich zugleich seiner und seiner zwei Freunde Portos und Aramis entledigen wolle. Der Kardinal wird sich erinnern, dass es dieselben Männer seien, denen er jederzeit auf seinen Wegen begegnet ist. Sofort wird er an einem hübschen Morgen D'Artagnan einziehen lassen, und damit er sich nicht ganz allein zu sehr langweile, wird er auch uns in die Bastille schicken, um ihm Gesellschaft zu leisten.« »Hel da, mein Lieber«, sagte Portos, »es scheint, dass du da traurige Spaß machst.« »Ich scherze nicht«, versetzte Athos. »Heißt du«, sprach Portos, »dass es keine so schwere Sünde wäre, dieser verdammt Mylady den Hals umzudrehen, als dasselbe den armen Teufeln von Huguenotten zu tun, die keine andere Sünde begangen haben, als dass sie die Psalmen französisch singen statt wie wir lateinisch?« »Was spricht Aramis dazu?«, sagte Portos gelassen. »Ich sage«, antwortete Aramis, »dass ich die Ansicht von Portos teile.« »Ich gleichfalls«, bemerkte D'Artagnan. »Glücklicherweise ist sie von hier fern«, sagte Portos, »denn ich gestehe, dass sie mich hier beengen würde.« »Sie beengt mich ebenso wohl in England wie in Frankreich«, sprach Athos. »Sie beengt mich überall«, fügte D'Artagnan hinzu. »Da du sie aber in deinen Händen hattest«, rief Portos, »warum hast du sie nicht ertränkt, erwürgt, aufgehängt? Nur die Toten kommen nicht mehr.« »Mir kommt ein Gedanke«, sprach D'Artagnan. »Sprich«, riefen die Musketiere. »Zu den Waffen«, schrie Grimond. Die jungen Männer rafften sich schnell auf und eilten zu ihren Gewehren. Es marschierte ein kleiner Heerhaufen heran, der aus zwanzig bis fünfundzwanzig Mann bestand, doch waren es nicht mehr Arbeiter, sondern Soldaten der Besatzung. »Wollen wir doch ins Lager zurückkehren«, rief Portos, »demir scheint, die Kräfte sind ungleich.« »Das ist aus drei Gründen unmöglich«, erwiderte Athos. »Fürs erste haben wir unser Frühstück noch nicht ganz verzehrt, fürs zweite haben wir uns noch wichtige Dinge mitzuteilen, und fürs dritte fehlen noch zehn Minuten, bis die Stunde voll ist.« »Wohl an«, sagte Aramis, »wir müssen aber einen Schlachtplan entwerfen.« »Die Sache ist ganz einfach«, entgegnete Athos, »wir geben Feuer, wie der Feind in die Schussweite vorrückt. »Dringt er noch weiter vor, so feuern wir abermals und schießen fort, solange wir geladene Büchsen haben. Will dann der Überrest jener Truppen Sturm laufen, so lassen wir die Belagerer bis zum Graben herankommen und werfen ihnen dann einen Flügel von dieser Mauer, die nur durch ein Wunder im Gleichgewicht steht über die Köpfe.« »Awo«, rief Portos, »du bist ausgemacht zum Generalgeboren Athos, und der Kardinal, der sich für einen größeren Krieger hält, darf sich mit dir nicht vergleichen.« »Meine Herren«, sprach Athos, »ich bitte, teilt euch nicht zu zweien, jeder nehme seinen Mann auf sich.« »Ich hab den meinigen«, rief D'Artagnan. »Und ich den meinigen«, sagte Portos. »Ich gleichfalls«, versetzte Aramis. »Geb Feuer«, rief Athos. Die vier Schüsse waren nur ein Knall, und vier Soldaten stürzten nieder. Sogleich schlug der Tambour, und die kleine Truppe lief Sturm. Darauf fielen die Schüsse regelmäßig hintereinander und waren aufs Genaueste gezielt. Allein die Rochelle rückten stets im Sturmschritt vor, als kannten sie die numerische Schwäche des Feindes. Auf drei Schüsse fielen immer zwei Mann, und dennoch wurde der Schritt der Übrigbleibenden nicht langsamer. Als die Feinde am Fuße der Bastei ankamen, zählten sie nur noch zwölf bis fünfzehn Mann. Sie bestanden ein letztes Feuer, ließen sich aber nicht aufhalten. Sie sprangen in den Graben, um auf die Bresche zu klettern. »Auf, Freunde«, rief Athos, »führen wir den letzten Schlag! Zur Mauer, zur Mauer!« Die vier Freunde nebst Grimaud stemmten sich mit den Gewehrläufen an einen großen Mauerflügel, der sich überneigte, als ob ihn der Sturmwind erfasste, von seiner Grundlage losließ und mit furchtbarem Getöse in den Graben stürzte. Sofort hörte man ein entsetzliches Geschrei, eine Staubwolke wogte zum Himmel empor, und alles war vorüber. »Haben wir sie wirklich vom Ersten bis zum Letzten zermalmt?«, rief Athos. »Meiner Treu!« »So scheint es!«, entgegnete D'Artagnan. »Nein!«, sagte Portos. »Seht dort! Suchen sich doch zwei oder drei hinkend fortzuschleppen!« In der Tat entflohen drei oder vier von den Unglücklichen, mit Kot und Blut bedeckt, in den Hohlweg und gelangten in die Stadt. Das war alles, was von dem kleinen Haufen übrig blieb. Athos sah auf seine Uhr und sagte, »Meine Herren, jetzt sind wir eine Stunde hier und haben unsere Wette gewonnen. Aber wir mussten wacker spielen. Übrigens hat uns D'Artagnan noch nicht seinen Gedanken mitgeteilt.« Nach diesen Worten setzte sich der Musketier mit seiner gewöhnlichen Kaltblütigkeit zu den Überresten des Frühmals. »Ihr wollt meinen Plan wissen,« sagte D'Artagnan zu seinen drei Freunden, als sie nach der Niederlage der kleinen Truppe Rochella wieder beim Schmause saßen. »Ja,« ersetzte Athos, »ihr sagtet, dass euch ein Gedanke gekommen sei.« »Richtig. Er fällt mir wieder ein,« sagte D'Artagnan. »Ich reise abermals nach England, suche Herrn von Buckingham auf und sage ihm von dem Komplott, das gegen ihn geschmiedet wird.« »Ihr werdet das nicht tun, D'Artagnan,« sprach Athos kalt. »Warum nicht? Habe ich es nicht schon einmal getan?« »Jawohl. Doch damals lagen wir nicht im Krieg, und Herr von Buckingham war noch ein Verbündeter von uns und nicht ein Feind. Was ihr da tun wollet, würde euch als Verrat angerechnet.« D'Artagnan begriff das Gewicht dieses Urteils und schwieg. »Mir aber,« sagte Portos, »dass ich gleichfalls einen Gedanken habe. Ich nehme einen Urlaub von Herrn von Trevis unter irgendeinem Vorwand, den ihr finden werdet, da ich eben nicht stark bin in Vorwänden. My Lady kennt mich nicht. Ich nähere mich ihr, ohne dass sie mich fürchtet, und wenn ich meine Schöne antreffe, so will ich sie erwürgen.« »Ei,« sagte Athos, »ich bin nicht ganz abgeneigt, der Ansicht von Portos beizustimmen.« »Pfui!« rief Aramis. »Eine Frau umbringen? Hört, ich habe den wahren Gedanken.« »So sprich Aramis,« versetzte Athos, der für den jungen Musketier große Achtung hatte. »Man müsste der Königin davon Nachricht geben.« »Ah, meiner Treu, ja!« riefen zu gleicher Zeit Portos und D'Artagnan. »Ich glaube, wir haben das rechte Mittel.« »Der Königin Nachricht geben?« fragte Athos. »Und Fidas? Haben wir denn Verbindungen bei Hofe? Können wir jemanden nach Paris schicken, ohne dass man es im Lager erfährt?« »Von hier nach Paris sind hundertvierzig Meilen. Unser Brief wäre noch nicht in Anger, und wir säßen schon im Kerker.« »Was das betrifft, Ihrer Majestät mit Sicherheit einen Brief zu übermitteln,« sprach Aramis errötend, »so nehme ich es auf mich, da ich in Thur eine geschickte Person kenne.« Aramis hielt inne, als er sah, dass Athos lächelte. »Nun, Athos, seht Ihr das nicht ein?« fragte D'Artagnan. »Ich bin nicht gänzlich dagegen,« erwiderte Athos. »Ich wollte aber Aramis nur bemerken, dass er das Lager nicht verlassen kann, dass keiner von uns sicher ist. Dass zwei Stunden nach Abgang des Boten alle euren Brief auswendig wissen, und dass man Euch und Eure geschickte Person ins Gefängnis setzen wird.« »Abgesehen davon,« sagte Portos, »dass die Königin wohl, Herrn von Buckingham, aber nicht auch uns retten wird.« »Meine Herren,« sprach D'Artagnan, »was Portos einwendet, ist ganz vernünftig.« »Haha, was geht denn in der Stadt vor?« rief Athos. »Man schlägt den Generalmarsch.« Die vier Freunde horchten. Der Trommelschlag drang wirklich bis zu ihnen. »Ihr werdet sehen,« sprach Athos, »man wird ein ganzes Regiment schicken.« »Ihr hofft doch nicht,« sagte Portos, »einem ganzen Regiment Trotz bieten zu können?« »Warum nicht,« antwortete der Musketier. »Ich fühle mich jetzt im Zug und könnte einer ganzen Armee Trotz bieten. Hätte mir nur aus Vorsicht ein Dutzend Flaschen mehr mitgenommen.« »Auf Ehre, die Trommeln rücken näher,« sagte D'Artagnan. »Lass sie uns nur näher kommen,« versetzte Athos. »Es ist eine Viertelstunde wegs von hier nach der Stadt und somit auch von der Stadt bisher her. Das ist mehr Zeit, als wir benötigen, um unseren Plan zu entwerfen. Wenn wir uns von da entfernen, finden wir keinen so passenden Platz mehr und halt gerade jetzt fällt mir der rechte Gedanke ein.« »Nun, so sprecht.« »Erlaubt nur, dass ich Grimant einige unerlässliche Aufträge gebe.« Athos gab seinem Diener einen Wink, herbeizukommen. »Grimant«, sprach er und zeigte auf die Toten, die in der Bastail lagen. »Du nimmst diese Herren, stellst sie an die Mauer, setzest ihnen ihre Hüte auf den Kopf und gibst ihnen ihre Büchsen in die Hand.« »Ha! Vertrefflicher Mann!«, rief D'Artagnan. »Ich verstehe dich.« »Du verstehst ihn?«, fragte Portos. »Und du, Grimant, hast du mich begriffen?«, sagte Athos. Grimant bejahte mit einem Kopfnicken. »Mär ist nicht vonnöten,« sprach Athos. »Kommen wir wieder zurück auf meinen Gedanken.« »Ich möchte doch aber begreifen«, versetzte Portos. »Das ist nicht notwendig.« »Ja, ja, den Gedanken von Athos«, riefen zugleich Aramis und D'Artagnan. »Wie ihr mir gesagt habt, D'Artagnan, glaube ich, so hat diese My Lady, diese Frau, diese Kreatur, dieser Satan, einen Schwager.« »Ja, ich kenne ihn recht wohl und bin überzeugt, er hat keine große Sympathie für seine Schwägerin.« »Das ist nicht übel«, erwiderte Athos, »und es wäre noch viel besser, wenn er sie hassen und verabscheuen möchte. Für diesen Fall geht uns die Sache nach Wunsch.« »Ich möchte indes doch wissen, was Grimant tut«, sagte Portos. »Stille, Portos«, rief Aramis. »Wie heißt denn dieser Schwager?« »Lord Winter. Und wo lebt er gegenwärtig?« Er kehrte bei dem ersten Kriegslärm nach London zurück. »Oh, das ist gerade der Mann, dessen wir bedürfen«, sprach Athos. »Er ist es, dem wir mitteilen, was da vorgeht. Wir entdecken ihm, seine Schwägerin führte im Schilde jemanden umzubringen und bitten ihn, dass er sie nicht aus den Augen lasse. Gewiß gibt es in London Anstalten nach Art der Madolonetten oder Büßerinnen. Er lässt seine Schwägerin dahin bringen, und wir können unbesorgt sein.« »Ja«, versetzte D'Artagnan, »bis sie wieder herauskommt.« »Meiner Treu, D'Artagnan, ihr begehrt etwas zu viel«, sagte Athos. »Ich gab alles, was ich hatte, und leugne es nicht, dass mein Sack völlig ausgeleert ist.« »Was mich betrifft, so halte ich es fürs Beste, zugleich der Königin und Lord Winter Nachricht zu geben.« »Jawohl. Aber durch wen lassen wir den Brief nach Thur und den Brief nach London überbringen?« »Ich stehe Bürger für Basin«, sagte Aramis. »Und ich für Planchet«, entgegnete D'Artagnan. »In Wahrheit«, sagte Portos, »wenn wir das Lager nicht verlassen können, so können es doch unsere Bedienten.« »Ja«, versetzte Aramis, »wir schreiben die Briefe noch heute, wir geben ihnen Geld und lassen sie abreisen.« »Ich gebe ihnen Geld«, fragte Athos. »Ihr habt also Geld?« Die vier Freunde blickten sich an, und über ihrer Stirn schwebte eine dunkle Wolke. »Fisch auf«, rief D'Artagnan, »ich sehe schwarze und rote Punkte, die sich da unten bewegen. Was sprecht ihr denn von einem Regiment, Athos? Es ist ja eine wirkliche Armee.« »Meiner Treu, da rücken sie heran«, sagte Athos. »Seht nur, die Duckmäuser kommen ohne Trommeln und Trompeten. Bist du fertig, Grimant?« Grimant bejahte durch ein Kopfnicken und zeigte auf ein Dutzend Tote, die er in pittoresker Stellung aufgerichtet hatte, die einen schulterten das Gewehr, die anderen legten gerade an, und wieder andere hielten die Säbel in der Hand. »Bravo«, rief Athos, »das macht deinem Geschmack Ehre.« »Gleich viel«, sagte Portos. »Ich möchte nur begreifen können.« »Lasst uns erst fortgehen«, sagte D'Artagnan, »dann werdet ihr schon begreifen.« »Einen Augenblick, meine Herren, einen Augenblick. Lassen wir nur Grimant noch Zeit, dass er aufräume.« »Ha, da seht nur«, rief Aramis, »die schwarzen und die roten Punkte vergrößern sich sichtlich, und ich pflichte D'Artagnan aus Ansicht bei. »Ich denke, wir hätten keine Zeit zu verlieren, um noch ins Lager zurückzukommen.« »Meiner treu«, sagte Athos, »ich wende nichts ein gegen den Rückzug.« Grimant war mit dem Kaub und Nachtisch schon vorausgegangen. Die Freunde folgten hinter ihm her und machten etwa zehn Schritte, als Athos rief, »Zum Teufel, meine Herren! Was tun wir denn?« »Hast du noch etwas vergessen?«, fragte Aramis. »Donnerwetter, die Fahne! Man soll in des Feindes Hand keine Fahne lassen. Wäre es auch nur eine Serviette.« Athos stürzte in die Bastei, kletterte auf die Höhe und riss die Fahne herab. Als aber die Roscheller bis zur Schussweite herangerückt waren, eröffneten sie ein schreckliches Feuer auf diesen Mann, der sich den Kugeln gleichsam zu seinem Vergnügen aussetzte. Es war aber, als ob Athos einen Talisman bei sich trüge, denn die Kugeln pfiffen an ihm vorbei, ohne dass ihn eine einzige traf. Athos schwang seine Fahne, während er den Leuten von der Stadt den Rücken zuwandte und die im Lager begrüßte. Von der einen Seite ertönte Geschrei der Wut und von der anderen Jubel des Enthusiasmus. Auf die erste Ladung erfolgte eine zweite. Drei Kugeln durchlöcherten die Serviette und machten sie wirklich zu einer Fahne. Man vernahm von dem ganzen Lager das Geschrei. »Herab, herab!« Athos sprang herab. Seine Freunde, die schon ängstlich sein erwarteten, sahen ihn zu ihrer größten Freude wieder zum Vorschein kommen. »Schnell! Athos, schnell!« rief D'Artagnan. »Rasch von hinnen! Jetzt, wo wir alles gefunden haben, bis auf das Geld, wäre es töricht, sich tot schießen zu lassen!« Doch Athos schritt fortwährend majestätisch einher, und als seine Freunde sahen, dass jede Bemerkung vergeblich war, so richteten sie ihren Gang nach dem seinigen ein. Grimont und sein Kaub waren bereits voraus und schon außerhalb der Schussweite. Gleich darauf hörte man ein furchtbares Gewehrfeuer knallen. »Was ist das?« fragte Porthos. »Und auf wen schießen sie? Ich höre keine Kugeln mehr sausen und sehe niemand.« »Sie schießen auf unsere Toten,« entgegnete Athos, »doch unsere Toten werden nicht antworten.« »Allerdings! Dann fürchten sie einen Hinterhalt und Beratschlagen, sie schicken einen Parlamentär ab, und wenn sie den Spaß bemerken, sind wir schon außer Bereich der Kugeln. Es ist daher unnötig, dass wir uns durch zu große Eilfertigkeit ein Seitenstechen zuziehen.« »Jetzt begreife ich!« sagte Porthos verwundert. »Das ist ein Glück!« versetzte Athos, die Achseln zuckend. Als die Franzosen ihre vier Freunde zurückkehren sahen, erhoben sie ein Jubelgeschrei. Endlich ließ sich ein neues Mosketenfeuer vernehmen, die Kugeln prallten jetzt rings um die vier Freunde an die Kieselsteine und sausten bedrohlich an ihre Ohren. Die Groscheller bemächtigten sich der Bastei. »Diese Leute sind doch recht ungeschickt,« sprach Athos. »Wie viele haben wir denn niedergemacht?« »Zwölf oder fünfzehn?« »Wie viele haben wir mit der Mauer zermalmt?« »Acht oder zehn?« »Gegen alles das nicht einmal eine Schramme. Doch, was habt ihr an der Hand, D'Artagnan? Blut, wie mir dünkt?« »Es ist nichts,« erwiderte D'Artagnan. »Eine verirrte Kugel?« »Selbst nicht das.« »Was also?« »Wir sagten es schon einmal.« »Athos Athos liebte D'Artagnan wie sein eigenes Kind, und dieser düstere, unbeugsame Charakter hegte bisweilen für den jungen Mann eine väterliche Fürsorge.« »Es ist eine Verletzung der Haut,« entgegnete D'Artagnan. »Mein Finger wurde zwischen zwei Steine geklemmt, zwischen den der Mauer und den meines Ringes, und das hat die Haut geritzt.« »Was hat man davon, wenn man Diamanten trägt?« sagte Athos verächtlich. »Ach,« rief Portos, »er hat einen Diamanten?« »Was zum Teufel?« »Sagen wir über Mangel an Geld, da er einen Diamanten hat.« »Ja, es ist wahr,« versetzte Aramis. »Ganz wohl, Portos, diesmal habt ihr meinen Gedanken.« »Allerdings,« erwiderte Portos, der sich bei Athos Kompliment aufblähte, »da er einen Diamanten hat. So wollen wir ihn verkaufen.« »Es ist aber der Diamant der Königin,« entgegnete D'Artagnan. »Das ist noch ein Grund mehr,« antwortete Athos, »die Königin rettet Herrn Buckingham. Nichts ist billiger als das. Die Königin rettet uns, ihre Freunde, und nichts ist moralischer als das. Wir verkaufen den Diamanten.« »Was hält Herr Aramis von der Sache?« »Ich frage auch nicht Portos, da er seine Ansicht schon kundgegeben hat.« »Ich bin der Meinung,« versetzte Aramis errötend, »dass D'Artagnan seinen Ring verkaufen kann, da er nicht von einer Geliebten kommt und somit kein Liebespfand ist.« »Mein Lieber, sprecht, euer Rat ist also.« »Den Diamanten zu verkaufen,« antwortete Aramis. »Gut,« sagte D'Artagnan heiter, »verkaufen wir den Diamanten und reden wir nichts weiter davon.« »Nun,« fragte der Kardinal, als er La Houdinière zurückkehren sah. »Monseigneur,« antwortete dieser, »drei Musketiere und ein Gard haben mit einem Herrn von Buccini gewettet, in der Bastai Saint-Gervais zu frühstücken. Sie hielten sich zwei Stunden lang gegen den Feind und erlegten, ich weiß gar nicht, wie viele Rochella.« »Habt ihr euch nach den Namen der drei Musketiere erkundigt?« »Ja, Monseigneur.« »Wie heißen sie?« »Es sind die Herren Athos, Portos und Aramis.« »Immer meine drei wackern,« murmelte der Kardinal. »Und der Gard ist?« »Herr D'Artagnan.« »Immer mein junger Brausekopf.« »Diese vier Männer müssen entschieden, mir zu gehören.« Am Abend des selben Tages beredete sich der Kardinal mit Herrn von Trevey über den Vorfall vom Morgen, der das Gespräch des ganzen Lagers bildete. Herr von Trevey, der sich denselben von denjenigen erzählen ließ, die dabei selbst die Helden waren, teilte in seiner Eminenz mit allen Umständen mit und vergaß dabei nicht den Zwischenfall mit der Serviette. »Gut, Herr von Trevey,« sprach der Kardinal, »ich bitte Sie, mir diese Serviette zu verschaffen. Ich lasse drei goldene Lilien darauf sticken und gebe sie Ihrer Kompanie als Standarte.« »Monseigneur,« versetzte Herr von Trevey, »damit geschehe dem Garten ein Unrecht, denn Herr D'Artagnan gehört nicht mir, sondern Herrn Dessart.« »Gut, so nehmen Sie ihn zu sich,« sagte der Kardinal. »Es ist nicht mehr als billig, dass die wackeren Krieger, die sich so warm lieben, in derselben Kompanie dienen.« An demselben Abend überbrachte Herr von Trevey den drei Musketieren und D'Artagnan die frohe Botschaft und lud alle vier zum Frühmahl für den folgenden Tag ein. D'Artagnan war voll des Entzückens. Musketier zu sein war ja, wie wir wissen, der Traum seines Lebens. Auch die drei Freunde waren voller Freude. »Meiner treu,« sprach D'Artagnan zu Arthos, »du hattest einen herrlichen Gedanken, wir erwarten uns Ruhm, wie du uns voraussagtest und konnten ein höchst wichtiges Gespräch führen.« »Dass wir jetzt nach unserem Belieben fortsetzen können, denn wir werden von jetzt an mit Gottes Hilfe als Kardinalisten gelten.« An diesem Abend machte D'Artagnan Herrn Dessart seine Aufwartung, um ihm seine Beförderung mitzuteilen. Herr Dessart, der D'Artagnan sehr gewogen war, bot ihm seine dienstfertige Hand an, denn diese Übersiedlung war in Bezug auf die Äquipierung mit großen Kosten verknüpft. D'Artagnan lehnte das Anerbieten ab, wollte jedoch die gute Gelegenheit nutzen und ersuchte ihn, dass er den Diamanten schätzen lasse, den er ihm übergab, und zu veräußern wünschte. Am folgenden Tag um acht Uhr in der Früh kam der Bediente von Dessart zu D'Artagnan und überbrachte ihm einen Sack voll Gold im Werte von siebentausend Franc. Das war der Preis für den Diamant der Königin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017